Guten Morgen, Leute, guten Morgen. Es ist 13 Uhr. Wir schaffen es nicht, früher aufzustehen, ne? Also Issa ist immer noch hier, für die Leute, die die Streams gegeben haben, die letzten zwei Tage. Wir haben echt viel gemacht und es wurde auch immer später so. Wir haben auch sehr viel, sehr viel vorbereitet und so. Wir haben ja auch die ganze Zeit im Stream mit euch Mashups gemacht und so. Und ja, heute gibt es eine richtig gute Nachricht, die will ich euch jetzt nicht direkt erzählen. Okay, vielleicht erzähle ich es euch jetzt direkt, okay. Ich habe erst mal das Mädchen heute abgesagt. Ich habe ja im letzten Video gesagt, yo, ich treffe mich morgen mit ihr. Dann hat sie abgesagt, weil sie sagt, das will ich und dann habe ich jetzt abgesagt. Also wir sagen uns eigentlich ganz gegenseitig ab, okay. Wir hätten es heute nicht anders geschafft, weil wir müssen einen Mashup fertig machen. Wir müssen das jetzt noch einsingen, dann wollen wir das Musikvideo drehen und dann muss ich noch um 18 Uhr auf meinen Discord sein, mit den Moderatoren reden für den Stream, der heute abgeht, weil wir heute das erste Mal Affiliate sind. Also wir sind heute das erste Mal Affiliate mit Zaps und so und wir wollen den Stream, der erste Stream, richtig geil machen. Der Designer hat mich auch angefragt, der hat mir so einen Starting Stream gemacht, bla bla. Also richtig heute Abend geht es richtig ab, okay. Richtig Feuer. Auf Twitch geht es heute extrem. Ich habe mir richtig viel Gedanken gemacht, okay. Wir machen heute Party. Ich weiß noch nicht, wie viel Uhr Digger. Wenn ich dieses Video hochlade, steht wahrscheinlich die Zeit, wann ich online bin, in der Beschreibung und dann geht es ab. Und was ist die gute Nachricht, okay. Die gute Nachricht ist, mein Steuerberater hat mich angerufen, gestern schon. Okay, ich konnte es nur in dem Stream sagen. Also alle, die im Stream dabei waren, die haben die Information schon. Und zwar habe ich Zeit bekommen. Ich habe ja den Steuerberater gefragt, yo, wie sieht es jetzt aus? Wann muss ich die Steuern zahlen? Soll ich in die Insolvenz? Also es gab ja sehr viele Fragen, weißt du? Wir sehen richtig fertig aus, ne? Ja, Mann. Wir müssen auch das Essen noch. Ja, Mann. Soll ich in die Insolvenz und so, soll ich das jetzt alles machen? Er hat halt da anrufen und anscheinend mit denen ein Deal ausgemacht, dass ich Zeit habe bis zum 31. Dezember diese Steuern zu zahlen oder eine Rate zu zahlen oder so 10k, wenn ich habe, irgendwie zu zahlen oder dass die mir ab da dann sagen, okay, wir wollen jetzt jeden Monat 1000 Euro. Und ich bin mir zuversichtlich, Digga, Leute. Ehrlich, wirklich durch diesen ganzen Support von euch, die ganzen Donations auf Twitch und dass jetzt auch die Videos so gut ankommen bei euch und meine Musik auf Spotify von euch heftig gestreamt wird. So sagt mir bitte und Emma und Samaya und so. Die ganzen Sachen auf Spotify werden von euch gestreamt und deswegen danke ich euch erstmal heftig, was für ein Support da ist. Nächste Woche kommt ja mein neuster Track online und ich glaube, wenn das alles läuft, wird das sehr schnell kommen mit so neuen Placements und dass es einfach ein bisschen abgeht so. Alter, das ist so für mich. Gestern hat mein Leben wieder angefangen Sinn zu machen, weißt du, was ich meine? So gestern habe ich diese Nachricht bekommen und genau ab diesem Tag war ich so gut gelaunt, weil ich dachte, boah, wir haben Zeit, aber wir sollten uns nicht darauf jetzt so chillen, weil das Gute ist, ich muss nicht in die Insolvenz vielleicht, weißt du, was ich meine? Die haben mir Zeit gegeben, sonst hätte ich nächsten Monat in die Insolvenz gemischt, also musst du. Deswegen machen wir uns jetzt Müsl, Digga. Wir haben hier das, was wir gekauft haben, diese Premium-Müsli, Alter, mit Früchte und Nüsse. Scheiße. Oh nein, ich habe die richtig dumm aufgemacht. Guck mal, da gab es diese... Digga, was für ein Holzkopf bin ich, Digga. Ich bin immer, hat nichts aus der Sache gelernt. Guck mal, man konnte hier das Chili immer wieder auf- und ausmachen. Premium-Like, halt, Digga. Und ich reiße es einfach auf. Egal, dann müssen wir halt jetzt essen ein bisschen. Okay, haben wir nicht überhaupt Milch? Ey, ich habe nur so komische Mandelmilch. Nimm Wasser, Digga. Wasser? Man ist doch nicht Müsl mit Wasser, Bruder. Bruder, was denkst du, wenn man kein Geld sagt? Bruder, bei mir auch so. Wir haben doch Milch. Ach so. Aber es ist Mandelmilch. Bruder, die sind teurer, als normale Milch. Echt? Ja. Bruder, wir sind rich, sagst du. Machst du erst mal Milch in die Schütze, oder... Bruder, ich packe erst mal, erst mal die Müsl rein. Die Leute, die erst mal die Milch rein machen und dann das Müsl, also bei denen läuft irgendwas falsch. Irgendwas ganz falsch bei denen. Ganz, ganz falsch. Aber ihr seid süß. Ihr seid okay, ihr seid trotzdem cool. Ihr seid ja noch Menschen, weißt du? Heute beim Sweet dabei sein, das ist erst mal, dass du Affiliate bist, ne? Power, power, power. So, und dann... Da müssen wir alle in den Kommentaren drehen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich das Telefonat mit den Mädchen auch aufnehmen, wie ich ihr das sage. Aber ich hab die Kamera nicht gezückt. Aber eigentlich hat sie nur gesagt so... Ja, alles gut und so. Was? Ich schwör alles gut, ich freu mich voll auf dich. Ich schwör alles gut, ne? Ein Dönerwett besser, aber... Ein Dönerwett auf jeden Fall besser. Wir zeigen euch auf jeden Fall gleich, wie wir das Mashup machen. Also, mit der Versicherung ist auch was Gutes passieren. Anscheinend melden die sich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ne? Aber anscheinend wollen die... Also, wir haben den Sachen geschickt auf den. So, für 19 und 20 haben wir ihnen das gegeben, so auf den, was ich verdient habe und so. Da haben die gesehen, dass ich nicht so viel verdient habe. Das heißt, es ist runtergedrosselt worden von 12.000 auf... Weil du nicht so viel zwingst. Ja, ja. Die dachten ja ganz halt, ich verdiene richtig krass. Und deswegen haben die mich auf 800 Euro im Monat Versicherung gemacht. Und das über drei Jahre jetzt, weißt du? Ja, ja, ja. Dann kommt halt 12.000 oder so. Also, jetzt gucken die auf jeden Fall nochmal so, okay, was kommt da am Ende wirklich dabei raus? Mhm. Aber die melden sich nicht. Ach so, Leute. Ich bin auf jeden Fall auf Freundinnsuche. Also, wenn ihr irgendwie eine schöne Dame für mich habt, dann... Was? Wenn ich jetzt nicht... Ich kann es hier doch versuchen, oder? Die haben bestimmt jemanden für mich. Warum machst du so diesen Süßen jetzt? Okay, Leute, es gibt ein kleines Problem. Meine Mutter hat gerade angerufen. Ich schwörte diesen Moment gerade mitbekommen. Es war zu lustig, ne? Ich bin am Handy so gewesen. Und meine Mutter sagt so auf einmal so... Ja, mein Sohn, ich bin gleich in einer Stunde da. Ich so, hä, warum? Und dann so habe ich vergessen, Digga. Sie hat mich gestern angerufen, weil ich muss meinen alten Pass abgeben. Meinen alten serbischen Pass. Und das ist ein Problem, was noch keiner kannte von euch. Da habe ich auch ein bisschen geschlafen. Und zwar, man darf keine zwei Pässe haben. Ich habe hier den deutschen Pass und den serbischen Pass. Und ich muss den serbischen Pass abgeben. Sonst kommen die und sagen, wir wollen so viel, so viel Money haben, Digga. Und Issa, der gefickt dir jetzt, Digga, der muss die ganze Zeit warten auf mich. Aber easy, ne? Eine Stunde, du kannst das alles fresh machen und so. Wir nehmen das Mashup jetzt ein bisschen noch weiter auf. Trittes Zentas Grasmedal. Tschüss, Digga. Trittes Zentas Grasmedal und sie freut sich. Ja, gut. Wir räumen nach dem Himmel schon mal bläufig. Apoch über Fleisch, aber heut nicht. Trittes Zentas Grasmedal. Trittes Zentas Grasmedal. Malaga, 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 Digga. Trittes Zentas Grasmedal und sie... Ah, ich muss mit dem Tret einfach anfangen. Trittes... Tret. Trittes Zentas Grasmedal und sie freut sich. Musik geht ihr jetzt drehen, sagst du? Ja, das sehe ich eigentlich schon, ne? Ich überlege gerade, ob wir einfach uns hier fresh hinsetzen, weißt du? Ja. Hör mal aufmachen. Hey, hey, du, zurück und so wieder. Okay, einfach hier zwei Schüle, Softbox, bam, mit der Cam fertig, Alter. Reicht eigentlich, ne? Dann sitzt du einfach noch ein Ding, so. Ja, besser. Ja. Ich weiß noch. Ich habe Musik wieder, dann noch schneiden, dann noch... Ja, genau, genau. Okay. Ja, morgen habe ich auf jeden Fall das Date. Was sagst du, wie werde ich es regeln? Also, ich glaube, wie viel? 5 Euro, ne? Ich glaube, 5 Euro, ja. 5 Euro sind genug, eigentlich, ich glaube. Aber auf jeden Fall, ich werde versuchen, so mit 5 Euro bis 10 Euro. Wir holen uns Süßigkeiten, Ego. Digga, bunte Tüte, das ist zu mehr. Ich kaufe für bunte Tüte. Aber ohne Lack jetzt. Ich kaufe wirklich einen Durstdücher, glaube ich. Durstdücher, ja, Durstdücher ist eigentlich chillig. Und ich sage zu ihr, wollen wir uns erst mal einen Durstdücher reinigen? Erstmal, aber auch, das war es auch. Vielleicht auch Kaffeesonne, vielleicht. Willst du Kaffeesonne oder Durstdücher? Ja. Genau das mache ich. Ich muss aber fragen, Digga, Zitrone oder Pfirsich? Aber zum Glück, Digga, trefft mich morgen mit ihr, Digga, weil jetzt langsam Laune kommt wieder, weißt du? Davor, Digga, ich war richtig schlecht gelaunt immer und so. Die Leute, Digga, hatten keinen Bock mit mir zu chillen, Alter, war ich immer richtig so. Bist du auch so müde? Weißt du nicht, sieht man das? Ich habe mich auch ja eigentlich aus dem Bett gequält wieder heute. Ich sage jetzt kurz den Kameramann Bescheid, dass wir nicht kommen. Yo, Digga, ich glaube, wir schaffen das alles gar nicht zeitlich, ne? Also ich muss es noch schneiden. Ich glaube, wir machen einen One-Take einfach hier zu Hause. Wir sind auch richtig fertig, Alter. Wir werden einfach diese One-Take hier zu Hause machen. Und dann, ich glaube, vom Aufwand her werden wir das einfach nicht zeitlich schaffen, Bruder. Ja, Mann. Aber trotzdem, danke, dass du Zeit hast, Digga. So getaktikten Plan gehabt, ne? Wir waren so am Anfang des Videos, da machen wir hier, da machen wir die. Und jetzt sind wir so, alles abgesagt. Treffen mit dem Check abgesagt. Meine Mutter abgesagt. Video abgesagt. Wir sind hier. Und sind komplett kaputt von nichts, Alter. Ich bin so fertig, Leute. Ich bin einfach fertig. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber ich muss sagen, ich power die Tage richtig durch. Also gestern war auch schon ein voller Tag. Und keine Ahnung, woher das Geld kommt. Ich habe es gerade powernap gemacht. Viele haben noch gefragt, ob die YouTuber geantwortet haben, die ich geschrieben habe. Leider nicht alle so. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich halt trotzdem mich darum kümmern muss, jetzt arbeiten zu gehen irgendwo bei jemandem. Und es haben mir nur so ein paar geschrieben, dass ich zu den öffentlichen, rechtlichen gehen könnte. Also nicht zu irgendwelchen YouTubern, sondern irgendwie richtig offiziell bei so einer Agentur oder so arbeiten soll. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Der Pesh hat mir auf jeden Fall geholfen von Phil Laude. Er ist mit in seinem Team und so und produziert auch Videos für ihn und für die beide zusammen. Und er wollte da mit mir nochmal so ein bisschen telefonieren und checken, wie ich am besten in sowas reingehen kann. Ich werde es jetzt erst mal angucken, was Issa da gemacht hat. Issa, aber es ist heftig, sagst du doch die ganze Zeit. Es ist heftig, ja. Ich kann ja nichts dafür, wenn heute nicht so viel passiert ist. Aber morgen kommt dafür das Mashup online. Und ja, ich glaube, wir werden so auf 21 Uhr, 21.30 Uhr auf Twitch live gehen. Issa, du fährst gleich los, ne? Wir machen gleich Essen noch kurz. Dann drehen wir das Video und dann gehe ich live auf Twitch. Yes, bro. Danke für den heutigen Tag. Es war trotzdem, wir haben trotzdem was geschafft. Wir haben dieses Mashup fertig. Es ist komplett done. Wir sind auch komplett fertig, weil wir haben so viel gehört, so viel gesungen heute. Ich bin einfach chaotisch. Aber ich muss sagen, es lohnt sich. Morgen kommt dafür ein Musikvideo. Also, nicht Musikvideo, wir sind hier im Zimmer und nehmen das geil auf. Und darauf, dann werdet ihr endlich sehen, wie ich mit dem Mädchen rausgehe. Und das wäre lustig. Wann ich live bin heute, okay? Ich schreibe das safe 21.30 Uhr oder 21 Uhr rein. So schnell, wie wir halt noch das Video hier drehen in der kurzen Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Streamen. Da ist irgendwas drin, Bruder, in dem Licht. Das macht gerade so zzzzz. Ich würde sagen, bevor wir aufgegessen werden, Bruder, verhängen was, dass du... Liebster, danke, dass du da warst, Bruder, in den letzten Tagen. Ah, wie, wie. Cringe. Okay, ciao. Hahaha